Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Marktausblick. Wir haben diese Woche unsere Korrektur bekommen, nicht nur an den traditionellen Märkten, auch an den Kryptomärkten. Ging es turbulent her, war ziemlich absehbar, darüber haben wir ja letzte Woche gesprochen. Short-Einstiege gab es trotzdem eigentlich keine, weil es dann noch ein bisschen zu früh ging. Gehen wir alles heute auf jeden Fall nochmal ein bisschen näher drauf ein. Wir schauen auch natürlich auf den Goldmarkt, wie es da weitergeht und natürlich wie gesagt auf die Stockmärkte. Bevor wir starten, lasst dem Video trotzdem wie immer gerne schon mal ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Fragen habt. Bock auf Signale, Trades etc. pp. News, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und schon mal kleiner Reminder, ich habe es vor ein paar Tagen schon mal angeteasert. Für mich geht es jetzt dann auch mal eine Woche entspannt in den Urlaub. Das heißt, es wird jetzt hier glaube ich das vorletzte Video sein. Es wird wahrscheinlich trotzdem, weil ich kann es einfach nicht lassen, YouTube ist einfach, habe ich einfach Bock drauf. Wird es vielleicht trotzdem mal ein, zwei Videos in der Woche geben, aber ansonsten ist dann erstmal Siesta. Und wollte ich jetzt hier auch nochmal ganz kurz mitteilen. Und trotzdem noch wichtiger Teaser, BingX gibt es weiterhin die Aktion. Ihr könnt euch 50 USDT for free abholen, wenn ihr euch unten den Link registriert und 100 USDT einzahlt. Und es gibt auch noch ein kleines Trading-Event. Derzeit auch da werdet ihr jetzt die Infos im Laufe des heutigen Tages in der Trading-Gruppe, beziehungsweise in der Signal-Gruppe und natürlich in der Talk-Gruppe von mir bekommen. Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt aber rein in die Analyse. Genug gelabert, DXY fangen wir wie immer an. Und wir sehen, es hat sich relativ wenig getan. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, okay. Das erste Ziel, wenn wir hier ausgebrochen sind, was dann am Montag auch passiert ist, wäre dann hier oben diese Widerstandsbox bei 103,6. Das haben wir erreicht. Wir wurden hier auch leicht rejected. Eher ein bisschen Seitwärtsphase. Also wir hatten keine signifikanten News für einen Dollar, könnte sich aber nächste Woche deutlich ändern. Und zwar, wir haben nächste Woche ja die angebliche Bricks-Gold-gedeckte Währung, die rauskommen sollte. Und das könnte den Dollar dann nochmal deutlich, deutlich unter Druck setzen. Und deswegen bleibt auch unser Euro-Short weiterhin offen und auch der Euro-Long bleibt weiterhin offen. Werde ich jetzt gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Aber das können wir natürlich deutlich unter Druck setzen. Und zwar, sollten wir hier diesen Retest bei 102,8 nicht standhalten, wäre wirklich hier dieser nächste Support bei 101,7. Und dann muss sich der DXY wirklich entscheiden. Entweder kriegen wir dann, wenn wir jetzt mal so ein bisschen wieder Pattern-Trading machen, unser Inverse Head & Shoulders, also die mögliche Chance hier für eine nachhaltige Trendwende. Weil derzeit muss man auch dazu sagen, wir haben noch kein höheres Hoch erreicht. Wir sind weiterhin hier auf diesem Niveau eben. Wir müssen diesen Bereich um 103,65 wirklich überwinden, sage ich jetzt einfach mal so, um, sage ich mal, ein höheres Hoch zu bekommen und dann den Trendwende fortzusetzen. Ansonsten sieht es stark danach aus, dass wir zumindest nochmal eine Korrektur kriegen, was natürlich dann für unseren Euro-Long wiederum spricht. Und dann möglicherweise erstens die Trendwende kriegen. Also es wird nächste Woche ganz, ganz entscheidend werden, wie wir hier reagieren. Und dann gehen wir auch gleich rüber zum Euro-Long, beziehungsweise zum Euro-US-Dollar-Chart, der weiterhin, ja, deutlich unter Druck ist, muss man schon so ganz ehrlicherweise sagen. Wir haben hier unten diese Liquiditätsbox mal angegriffen, sind aber hier, wie gesagt, unter Druck geraten. Die Long-Position läuft noch, die Short-Position, die wir hier oben bei, ich glaube, 1,10,8 oder sogar ein bisschen höher, 1,18 hier oben, 1,11,8 aufgemacht haben, die läuft. Und ich warte hier eben noch mit der Verdopplung, hat den Aspekt. So, wir sind hier einerseits Long, ich gehe davon aus, dass der Dollar seine Korrektur bekommt, aufgrund dieser BRICS-Ankündigung, wer weiß das schon, dass daraufhin der Euro, zumindest gegenüber dem US-Dollar, nochmal deutlich an Fahrt aufnimmt und zumindest mal hier diesen Bereich der 1,10,3 antestet. Wir haben hier diese Widerstandsbox, die machen wir mal ganz kurz weg und die wird entscheidend sein, meiner Meinung nach. Das wäre dann auch hier unser Preisziel von unserem Inverse Head & Shoulders beim DXY, wo wir eben gerade gesehen haben. Und sollte dann hier eben wirklich diese Rejection reinkommen und der Dollar wieder an Fahrt aufnehmen, werden wir hier auf jeden Fall in diesem Bereich verdoppeln. Unsere Short-Position, um den Entry ein bisschen tiefer zu kriegen und die Position natürlich auch wieder zu vergrößern und dann den Euro-Short auf jeden Fall deutlich, deutlich mit nach unten hin mitzunehmen. Hat natürlich auch den Aspekt hier, während wir beim US-Dollar möglicherweise ein Inverse Head & Shoulders haben, sehen wir hier beim Euro ein Head & Shoulders Chart-Pattern. Also es würde sehr, sehr gut passen, meiner Meinung nach, je nachdem, wie wir es jetzt hier ziehen. Hätten wir es hier schon, aber ich würde einfach diesen Reject gerne noch sehen. Würde es, wie gesagt, sehr, sehr gut passen. Also das sind die zwei Optionen, die ich jetzt erst einmal diese Woche sehe. Wie gesagt, wir sind beim Euro sehr, sehr gut aufgestellt mit Long und Short-Position von, ich glaube, die Short-Position läuft jetzt schon, nur mal gucken, drei, vier Wochen. Bleibt auch meiner Meinung nach weiterhin bestehen. Und halt, wie gesagt, die Long-Position. So, mehr gibt es da ehrlich gesagt nicht zu sagen. Gehen wir, huch, das wollte ich jetzt nicht. Gehen wir rüber zu den traditionellen Märkten und fangen wie immer an mit dem Dow Jones. Ärgerlich, was diese Woche so passiert ist. Wir haben, wie gesagt, ich ärgere mich immer noch über diesen Short hier oben, der leider nicht abgeholt wurde, beziehungsweise wir zu ängstlich waren. Aber ist halt nun mal so. Daraufhin haben wir ja letzte Woche darüber gesprochen, okay, ich gehe davon aus, dass zumindest mal hier das Golden Pocket angetestet wurde. Das wurde gestern dann angetestet, aber ich gehe an einem Freitag nicht gerne in Trades rein. Wir wissen nicht, was über das Wochenende kommt. Wir wissen nicht, was so Sonntag, Montag kommt. Deswegen gehe ich ungern in Trades. Grundsätzlich wäre das hier abgeholt worden. Ihr seht hier das Setup. Wie gesagt, ich bin hier aber freitags nicht in der Verfassung, sage ich jetzt einfach mal, hier irgendwelche Trades reinzusetzen. Das heißt, das Setup bleibt erst einmal, könnte sich sogar für uns noch ein bisschen besser ausspielen. Wir haben die Liquidität unterm Golden Pocket abgegriffen. Wir haben über dem Golden Pocket geschlossen auf Daily Sicht. Also sehr, sehr gutes Zeichen. Und würde natürlich auch dafür sprechen, wenn wir jetzt wieder zum US-Dollar-Chart rübergehen, dass wir hier unsere Erholung sehen. Schwächerer Dollar, stärkere Märkte. Würde sehr, sehr gut hier dazu passen. Und jetzt ziehen wir uns mal hier das FIP-Level noch dazu. Und dann sehen wir, okay, nächster, das FIP-Level, ah doch hier, ich muss mal das Übergeordnete ganz kurz wegmachen, weil sonst blickt hier wieder keiner durch. So, perfekt. Dann sehen wir auch, okay, 0,5er und Golden Pocket wäre dann jetzt auch hier so der erste Ankerpunkt. Das heißt, wir könnten am Montag wirklich überlegen, hier eine Long-Position aufzumachen. Mit eben ersten Take-Profit, also knapp 35.000 US-Dollar und den zweiten dann sogar so bei 35.200 US-Dollar. Und das könnte dann auch für eine größere Korrektur dann in den Märkten sprechen. Weil, wir haben ja schon mal letzte Woche darüber gesprochen, wir haben hier noch kein tieferes Hoch. Und das könnte sich dann hier eben ereignen, dass wir sagen, okay, der Dollar kriegt jetzt hier seine Korrektur. Alles noch okay. Wir haben kein tieferes Tief gebildet. Wir haben im Endeffekt hier nur diese Range getestet. Aber sollten wir dann hier oben im Golden Pocket rejected werden, dann haben wir die Chance hier für ein tieferes Hoch. Und dann können wir auch gleichzeitig mit der Long-Position noch eine Short-Position aufmachen und dann die Korrektur in Richtung 33.900 Punkte starten. Also das wäre jetzt so der Fahrplan für die nächste Woche. Macht meiner Meinung nach auch noch extrem Sinn. Rezessionsangst steigt immer mehr in den Märkten. Und wir haben es auch diese Woche gesehen, es ging deutlich, deutlich nach unten. Also wenn wir uns jetzt mal so vom Beginn der Woche uns das angucken, ging es hier zwischenzeitlich 3% runter, war vorhersehbar. Trotzdem, wenn wir jetzt diese tiefere Hoch hier noch bekommen, bin ich hier optimistisch, dass die Korrektur sich weiter fortsetzen wird. Gehen wir rüber zum SPX. Auch hier hat sich der Trend etwas gewandelt. Wir haben hier nicht diesen Retest bekommen beim SPX. Das heißt, die 4.470 Punkte wurden knallhart durchbrochen und auch hier ging es deutlich, deutlich nach unten. Hier hatte ich eine Long-Position offen, wurde ausgestoppt. Wir sind dafür jetzt in diesem Bereich, den wir letzte Woche darüber gesprochen haben, in dieser Demand-Zone auf Daily-Sicht. Korrektur, erst einmal hier ihr Ende gefunden. Würde natürlich auch dazu passen, wie gesagt, wir haben es gerade beim DXY gesagt, Inverse Head & Shoulders Korrektur, beim Dow Jones Head & Shoulders, was dann möglich wäre, beziehungsweise ein tieferes Hoch. Und auch hier beim SPX hätten wir eben genau diese Möglichkeit. Das heißt, Korrektur, also Gegenkorrektur, mit einem tieferen Hoch und dann weiterer Abwärtstrend, zumindest in dem Bereich der 4.200 Punkte, so maximal, um dann gegebenenfalls diese ehemalige Range, die wir hier über Monate gebildet haben, noch mal zu retesten. Auch hier nehmen wir uns ganz kurz das FIP-Level zu Hand. Ich würde hier derzeit keinen Long reingehen, das ist mit so riskanter Gefällt-Milch-Struktur, beim Dow Jones besser. Schauen wir uns das mal an. Da sehen wir auch, okay, wir hätten hier perfekt eigentlich so dieses Konter-Level beim 0,5er, beziehungsweise auch beim Golden Pocket, was sehr, sehr gut meiner Meinung nach passen würde mit eben hier diesen Umverteilungsbereich hier oben. Würde meiner Meinung nach perfekt passen. Short hier oben, vielleicht sogar schon am 0,5er. Wir schauen uns das mal ganz kurz risktechnisch an. Wir werden 2% vielleicht mit zwei Entries hier arbeiten. Einerseits hier in dieser Daily Supply Zone und dann natürlich im Golden Pocket. Dann wären wir so bei 1,7 bis ca. 1,5% je nachdem, wo wir hier eben reingehen. Finde ich, das ist ein humanes Setup. Würde dazu passen, Bricks-Währung, dann nochmal so ein Crash an den Märkten, mehr Panik an den Märkten und dann eben nochmal dieser letzte mögliche Abverkauf. Je nachdem, in welcher Welle wir uns hier befinden. Wenn das hier die 1 ist, dann müssen wir sogar noch mit noch tieferen Kursen rechnen. Aber dadurch, dass wir hier schon mal den ersten Abverkauf hatten, dann so ein bisschen die Konsolidierung, könnte es gut möglich sein, dass das dann die 3 ist und dann geht es nach unten ab. Ich habe keine Ahnung von LWF. Ich rede hier nur generell von diesen Traders Reality-Abverkäufen, die auch immer in 3 Wellen passieren. Gehen wir rüber zum Nasdaq. Auch hier ziemlich gleiches Chartbild, nur hier wurde sogar unser Support noch durchbrochen und das ist übel. Warum ist das übel? Wir können sagen, okay, hier oben war es schon übel am Donnerstag, wo wir dann dieses Tief gefunden haben, aber für mich war dieses Strukturtief bei den 14.686 deutlich, deutlich entscheidender und das wurde durchbrochen mit einem Daily Close. Also sehr, sehr bearischer Close. Auch hier würde dann einiges dafür sprechen, dass wir eben nochmal diese Gegenkorrektur bekommen. Wir ziehen das FIP-Level vom letzten signifikanten Hochpunkt und dann sehen wir, okay, der Bereich hier oben 15.360 Punkte wäre eine Chance, um dann gegebenenfalls einen Short zu kreieren, der uns bis dann auf 13.900 bis circa, wenn wir hier dieses Gap noch beachten, 13.600 Punkte führt. Also es könnte noch ein happiger Monat werden. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich bin grundsätzlich bearish an den traditionellen Märkten. Hat sich auch jetzt erstmal bestätigt, nur dass wir eben keine Short-Position, ah doch, SPX Short. Sorry, habe ich ganz vergessen, der läuft ja noch. Der läuft Bombe. Aber ansonsten hier diese Shorts beim Dow Jones und beim Nasdaq leider nicht reinbekommen. Aber wie gesagt, sollten wir hier eben diese Gegenkorrektur kriegen, Montag, Dienstag möglicherweise, dass es dann so aussieht, dass wir dann ein tieferes Hoch bilden und dann die Korrektur deutlich fortsetzen. Also August, September, weiß ich nicht, bin ich momentan nicht mehr so bullisch, was diese Märkte anbelangt. Gehen wir mal ganz kurz zu den News rüber, weil auch hier eigentlich nächste Woche nichts wirklich Interessantes kommt. Wir haben Montag, Dienstag, Mittwoch keine News, Donnerstag im Endeffekt nur die Erstanträge, Arbeitslosenhilfe, Folgeanträge, Arbeitslosehilfe, ja, Unimischigen, Verbrauchervertrauen und ja, mehr ist eigentlich nicht. Also ruhige Woche, was jetzt aber auch nicht dazu führen könnte, dass die Märkte sich deutlich erholen könnten. Gehen wir rüber zum DAX. Auch hier weiterhin, also DAX hält sich noch einigermaßen, muss man fairerweise so sagen. Wir haben zwar hier weiterhin unsere Range, wir haben noch nicht dieses Gap gefüllt und das ist auch so weiterhin eher so meine Chance hier möglicherweise diese Long eben reinzugehen. Also ich möchte dieses Gap hier bei, müssen wir nochmal ein bisschen tiefer gehen, hier bei 15.335 Punkten circa, dieses Gap möchte ich eigentlich noch gefüllt haben. Wir haben noch kein tieferes Tief. Sehr, sehr interessant, wenn wir uns zum Beispiel Nasdaq und sowas angeguckt haben, haben wir ja schon tieferes Tief gebildet, was wir eben beim DAX noch nicht haben. Also auch hier momentan noch grundsätzlich bullisch. Hier wird es dann auch nur interessant werden, beziehungsweise nach derzeitigem Stand mal des FIP. Wir haben hier oben immer noch dieses Gap und ihr seht hier oben diesen Short Entry, der ist weiterhin gleich und ich gehe weiterhin davon aus, dass wir den noch holen, dass möglicherweise der DAX diese Woche eine bullischere Woche haben könnte, als die US-amerikanischen Märkte und von hier aus dann diese Korrektur kommt. Wir haben hier noch kein tieferes Hoch, das hier, diesen Bereich hier bei 15.000 oder knapp 16.000 Punkten würde ich nicht als tieferes Hoch bezeichnen. Da fehlt mir ehrlich gesagt noch so ein bisschen der Wumms. Und deswegen hier hat sich nichts verändert zum Gegensatz zur letzten Woche. Short Position bleibt hier bei den 16.210 Punkten und daran wird sich auch nichts ändern und dann möglicherweise die Korrektur hier unten abwarten bis 15.300 Punkte. Also hier bin ich grundsätzlich noch ein bisschen bullischer, aber wie gesagt, wenn die US-amerikanischen Märkte fallen, dann fällt auch der DAX deutlich, deutlich tiefer. Gehen wir zu unserem kleinen Sorgenkind und zwar zum Goldchart. Unser Trade momentan 1920 Entry oder 1915 Stop Loss liegt derzeit bei 1868 Punkte. Wir sind hier weiterhin gefangen in diesem Downton. Ich hoffe, dass dieser Trade noch bestehen bleibt, auch wenn wir hier drüben, ihr seht es hier, diese Ineffizienz, die noch nicht ganz gefüllt würde, die Box machen wir mal ganz kurz weg, bei ca. 1860 liegt. Könnte sich der Markt noch grundsätzlich holen, aber wir sind halt hier jetzt schon über Wochen. Muss man jetzt schon sagen, Wochen, 21. Juli in einem signifikanten Downtrend. Auch im 4-Stunden-Chart, wenn wir uns das angucken, der Downtrend ist intakt, verschärft sich in dem Sinne, dass er sich immer weiter zusammen eckt. Also die Chance, dass jetzt hier dieser Downtrend wirklich mal ein Ende findet, ist sehr, sehr groß und darauf hoffe ich eben nächste Woche, am 23. August soll das halt eben kommen. Bricks-gedeckte Währung, das heißt am Mittwoch, wenn ich mich jetzt nicht täusche, was muss ich überlegen, am Mittwoch, müsste es rauskommen und dann erwarte ich hier auch einen deutlich, deutlich stärkeren Goldkurs. Also dass wir zumindest mal hier diesen Downtrend eben beenden. Wir haben hier schon das FIP letzte Woche gezogen. Wir sehen auch hier möglicherweise gerade so ein höheres Tief, also es könnte jetzt hier langsam dann Richtung Montagdienstag zu einer Trendwende gehen und dann ist das Ziel weiterhin hier die 1950 US-Dollar-Mark. Also hier bin ich weiterhin bullish, warten wir diese Woche ab, könnte sich einiges im Chart tun. So und dann gehen wir zu Bitcoin. Bitcoin haben wir auch, ja gestern im Video habe ich es gesagt, ich glaube weiterhin, dass dieser WIG hier noch geholt wird, die 24.300 Punkte. Wir waren sogar bei Bybit bei 23.600 US-Dollar. Also da muss man schon extrem aufpassen, diese WIGs werden früher oder später immer gefüllt. Das beweist sich einfach immer, immer wieder und wie gesagt, im 4-Stunden-Time-Frame sieht sich bullisch aus. Wir haben noch nicht mal hier die Liquidität bei 27.500 abgegriffen, wo wir gestern drüber gesprochen haben. Also für mich weiterhin bearischer. Bitcoin-Chart erster Mal zumindest. Wir müssen dann schauen, wie wir eben bei dem 24.300 bis ungefähr 23.700 reagieren. Sollten wir hier Support reinfinden, ist eine Gegenkorrektur möglich. Heißt aber nicht, dass diese Korrektur abgeschlossen ist. Also es könnte dann genau hier oben in diesen Umverteilungsbereich bei 28.500, 28.600 laufen, um dann möglicherweise, möglicherweise wirklich noch tiefer abzuverkaufen. Dann werden wir sehr, sehr wahrscheinlich hier die 20.000 US-Dollar-Marke nochmal sehen. Wir hatten es gestern mal ganz kurz in der Gruppe. Im März habe ich schon gesagt, solange wir nicht die 32.400 US-Dollar-Marke durchbrechen, solange sind wir noch in einem Bärenmarkt und könnten eine riesige Range bilden. Und genau danach schaut es derzeit aus. Also einfach noch ein bisschen auf dem Boden bleiben. Bitcoin-Spot nachkaufen, ja. Aber von Bullenmarkt reden, ist es einfach noch zu früh. Ihr seht es hier einfach. Dieser Umverteilungsbereich hier oben, die 32.000 US-Dollar, beziehungsweise dieser Widerstandsbereich, ist einfach signifikant. Das können wir uns auf dem Daily nochmal genauer angucken. Im Bullenmarkt immer wieder Support gefunden. Im Bärenmarkt ist erstmal hier geretestet. Dann ging es bergab. Und jetzt zweimal hier oben höhere, hochsgebildet. Aber niedrigere RSI. Das heißt, wir hatten hier eine schöne Bearish Divergence, die sich jetzt mittlerweile ausgespielt hat. Und jetzt wird es halt interessant werden, wie sich die Märkte jetzt erstmal hier fangen. Kriegen wir nochmal stärkere US-Märkte, könnte das Bitcoin wirklich hier runter Richtung 20k ziehen. Und jetzt schauen wir uns nochmal ganz kurz das FIP-Level dazu an. Da sehen wir auch, okay, der signifikanteste Bereich derzeit für Bitcoin ist hier oben die Marke 28.100 bis ca. 29.200. Also das hier oben ist die Short-Marke. Sollten wir hier oben rejected werden, beziehungsweise ein tieferes Hoch bekommen, dann gehe ich ganz stark davon aus, dass dann nicht nur hier die Marke von 24k dann noch einmal eingetestet wird, sondern dass dann sogar Bereiche von 20.000 US-Dollar im Bereich des Möglichen sind. Aber wir sind in einem Bärmmarkt, keine Panik. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Und ja, im Endeffekt können wir uns nach einem 100% Pump, den Bitcoin hier hingelegt hat, auch nicht beschweren. So fair muss man auch mal sein. So, und damit würde ich sagen, war es das für den heutigen Marktausblick. War wieder, na doch wieder ein bisschen länger, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut, muss sein bei so einem ausführlichen Marktausblick für die kommende Woche. Würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und wir hören uns dann, ja, vielleicht noch ein, zwei Mal wieder, bevor es dann für mich in meinen hoffentlich wohlverdienten Urlaub geht. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay cool.